Der Sozialphoriker ist wieder da, er stottert wie ein Blut, fühlt sich beobachtet, fängt an zu schnitzeln und das Team im Weg. Es will nicht lächeln und nicht gefallen, es kann ich Smalltalk, kann ich das Blutchen geben, schon gar nicht effektiv. Jetzt sagt mir drauf, was andere, und dafür schämt es sich, dafür schämt es sich. Vergalt. Ja, hier, mit C7-Enden. Der Sozialphoriker ist wieder da. Nein, ich muss es echt am Anfang lesen. Der... ... ... Vielen Dank.